ja hallo herzlich willkommen ich wollte heute mal ein kleines let's play machen einen kleinen guide zu dem dem einzigartigen wie heißt er hier noch die dolly waden forelle also ich hab den mit nymphen geangelt zehn zentimeter bei sonne wolke ab um sechs könnt ihr so bis um ja sag ich mal bis um achte neune auf jeden fall also von sechs bis neun geht das auf jeden fall und ja bringt 15 gold der fisch und da geht ihr quasi hier auf den mittleren spot und gehen dann auch fischen gehen und dann quasi hier den weg runter laufen zwischen die steine und dann zeige ich euch das einmal mal ganz kurz einfach hier hinter werfen ich demonstriere das mal einmal euch und dann schneide ich das mit dem unidrill dann wieder ran also einfach hier so dahinter die schnur dann so ein bisschen nach links ein bisschen links rüber und dann dreifache stop and go geschwindigkeit dann hängt er quasi so ein bisschen auf dem stein und dann ja spawnt dann manchmal direkt der fisch also manchmal beißt er auch direkt schon so beim stein oder kurz dahinter manchmal auch kurz davor die stilforelle ist hier übrigens auch aber die habe ich leider noch nicht in trophie gezogen ich schmeiß mal einmal noch mal kurz aus hier und zeige ich euch das noch mal einfach hier so ein bisschen dahinter kurz liegen lassen dann mit reihe ein klick machen und dann müsst ihr mal gucken ob er vielleicht gleich wieder spawnt hier ist jetzt gerade nichts jetzt haben wir einen kleinen hänger manchmal beißt er auch direkt nach dem hänger aber wie gesagt ich zeige euch das dann noch mal wenn der fisch beißt alles klar erst mal vielen dank fürs einschalten ja liebe freunde da haben wir den einzigartigen die dolly waden forelle also ihr habt jetzt gesehen wie ich das gemacht habe einfach so hinter den stein werfen noch mal vielen dank an den desperator an den micha der das so schön rausgefunden hat ja das ist die dolly waden forelle ja also wie gesagt ich behalte die mal ich zeige euch die mal einmal in der sonne dass man die so ein bisschen mal bei licht sieht schöner fisch sehr sehr schöner fisch noch mal ein screenshot machen ja also wie gesagt kurz hier so wir behalten ihn mal also ihr seht wirklich hier diesen stein dann werft ihr quasi einfach so ein bisschen dahinter die schnur so ein bisschen so links rüber und dann so links an den steinen so ein bisschen die schnur vorbeiführen und dann kommt er quasi aus seiner höhle raus ja gut alles klar ja dann erst mal vielen dank fürs einschalten und dann bis zur nächsten folge euer an der worte frank ja dann